HUR AUF HUR! Charlie! Leck mich doch am Arsch! Das werden wir offen austragen. Wir haben nichts offen auszutragen, ich musste nur mal Zuckerrüben holen. Ich hab zwar nicht so viel Geld wie du, aber ich war darauf vorbereitet, die Rechnung zu teilen. Nicht halbe halbe, du hattest den besseren Frontlader. Deine Lady 2 Aperitifs, aber mein Anteil schon! Was machst du denn? Was glaubst du denn? Du kannst zwar sitzen, aber Wir brauchen einen Fotografen! Ich geh jetzt erst duschen und dann geh ich Jauche fahren. Was? Du lässt mich hier einfach so stehen? Tja Charlie, wenn du so irrational bist... Leck mir los! Aber ich bin doch nicht irrational! Leck mich doch am Arsch, wünsch! Schaff den weg! Du dummes Sau! Dummes Sau! Meine Lampe. Was ist denn das? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mrswig Leck mich doch am Arsch! Jean St . Charlie, die Pizza ist da! Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen, Krieger? Äh, warum soll ich nicht mal zahlen? Na mach doch deinen Scheiß! Bist du bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist? Komm gleich wieder. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Langsam. Diesmal schlage ich dir in die Fresse auf, lass dich verlassen, du! Nein! Alter, guck für diese Scheiße. Ihr Mr. Harper, 2075. Leck mich doch am Arsch! Gordon, warten Sie. So blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass man dieses Schweinefraß kann, ein Schleben. Mach deine eigenen Sachen! Was schlage ich nicht zusammen? Wow, danke. Halt, warten Sie bitte. Hören Sie sich mal was an. Und was? Schhh. Ein Moment noch. Über die ganze Zeit, ah, der liebe Scheißteil! War's das? Ja. Danke fürs Warten. Ciao. Wie laut. Na na na. W удобchen! Ja jutze! Ja jutze! Ja jutze! Ja jutze! Ja jutze! Duber! Ja jutze! Ja jutze! Ja jutze! огLAuce! Aissela! Aissela! Aissela!